Was soll ich sagen, der Anlass, und da hat Hassan völlig recht, ist einer der denjenigen, die die AfD und die neuen rechten Bewegungen schon länger beobachten, so wie wir, also uns ist das nicht neu, aber es hat offensichtlich dazu geführt, dass in der breiteren Mitte der Bevölkerung dann doch jetzt einige Leute sozusagen aufgewacht sind und gemerkt haben, okay, das ist nicht einfach nur irgendeine normale Partei, die sozusagen deutlich rechts von der CDU steht, sondern es ist tatsächlich eine Partei, die sollte sie einmal alleine oder mithilfe von anderen konservativen Parteien Mehrheitsverhältnisse in Parlamenten bilden können, dann auch wirklich mit entsprechenden Plänen in den Aktentaschen versucht, dann das umzusetzen, was wir in Deutschland in der Geschichte schon mal erlebt haben.